Okay, mein heutiges Lied heißt 2020, ich denke an dich. Es ist all den Menschen gewidmet, die nicht zueinander finden können. Es ist ein sehr einfaches Lied und ganz neu, wer die Noten davon haben will, soll sich mit mir in Verbindung setzen. 2020, ich denke an dich. 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 Ich denke an dich.